Um die ambitionierten Bauprojekte unserer Zeit effizient zu realisieren, müssen alle Prozesse auf einer Großbaustelle reibungslos funktionieren. Dutzende Bauarbeiter, zig Gewerke, Baupläne und Partner müssen dafür parallel gesteuert werden. Koordinationsfehler können folgenschwere Konsequenzen haben. Vor dieser Herausforderung stand auch die Charité, als sie 2014 zwei Bauprojekte unterzeichnete. Die Sanierung des Bettenhauses und der Neubau des Notfallzentrums Mitte. Für das größte Universitätsklinikum in Europa war es essentiell, die Baustelle im Zeit- und Kostenplan fertigzustellen. Deshalb vertraute man bei diesem Projekt auf SkillBaudoc, einer mobilen Lösung von SkillSoftware auf Tablets von Samsung. Alle Informationsprozesse des Bauprojektes werden damit smart und effizient verwaltet. SkillBaudoc ist ein Gewinn für alle Beteiligten an einer Baustelle. Der Bauherr kann über unsere Serverversion aus seinem Büro den Baufortschritt seines Objektes verfolgen. Der Bauleiter kann sämtliche Gewerke steuern, überwachen und die Leistungen abnehmen oder bemängeln. Die einzelnen Gewerke können sehr leicht ihre Leistungen dokumentieren, freimelden und kommen letztlich schneller an ihr Geld. Und der gesamte Bauprozess kann erheblich verkürzt werden. Die Kommunikation wird deutlich leichter. Einzelne Aufgaben können Nach- und Subunternehmern zugewiesen werden, die ihre nächsten Schritte im System dokumentieren. Der Generalunternehmer behält zu jeder Zeit die Kontrolle. SkillBaudoc ist maßgeschneidert auf den Alltag auf der Baustelle. Die Kamera des Samsung Tablets erlaubt genaue Dokumentationen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Spezielle Sensoren am Mikrofon ermöglichen, klare Sprachnotizen oder Nachrichten auch bei lautem Hintergrund aufzunehmen. Und dank starker Prozessoren können auch große Datenbanken offline gespeichert werden. SkillBaudoc unterstützt auch beim Lifecycle-Management von Gebäuden und verwaltet alle Aufgaben und Fristen auf einen Blick. Die Lösung prüft auch den Energieverbrauch und Zustand von Anlagen. So können Einsparpotenziale sowie vorbeugende Wartungsarbeiten aufgezeigt und durchgeführt werden. Mit SkillBaudoc bringen wir die Digitalisierung direkt auf die Baustelle. SkillBaudoc heißt für mich eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ich spare Zeit, spare Nerven und habe eine direktere Kommunikation mit meinen Nachunternehmern, sowohl auch mit meinen Kollegen. Das macht es einfach allumfassend und ich kann einfach mehr Zeit im Tagesgeschäft verbringen als in irgendeinem Baucontainer. Und das ist Gold wert. SkillBaudoc – für smarte Bauprojekte iffe – für smarte Bauprojekte